Also das ist hier Sniper Only, wir spielen diesen neuen Sniper Mode. Das ist ein Duo-Turnier und die Gewinner bekommen von mir 500 Euro PSN-Guthaben, was auf jeden Fall schmeckt. 500 Euro, Digga, ist köstlich. So, Digga, ich muss direkt den Leuten jetzt, die da landen, hinterherfliegen, damit sie mich auch direkt abknallen. Wobei, eigentlich spielt das nicht so eine große Rolle, denn ich schaue einfach meinen Kollegen gleich wieder auf Twitch zu. So, nebenbei öffne ich mal ganz kurz von den Kollegen deren Twitch-Accounts. Perfekt, Dankeschön. Ja, Carmo ist mit Master Scorpion in Jerusalem gelandet, so ist der neue Begriff für dieses kleine Dörfchen. Payne ist mit Nico, lol, wo sind die denn gelandet, Digga? Da war ich gefühlt noch nie. Ja, und Reeps ist, Reeps hat wieder seine Cam nicht gewechselt. Wie gesagt, es ist hier Only Sniper, was auf jeden Fall sehr interessant werden könnte. Und die Gewinner, also das Duo-Gewinner-Team kriegt 500 Flocken, Digga. Das schmeckt. So, schauen wir mal, was macht Payne. Der Payne ist da wirklich am Arsch der Heide gelandet, also da wird keine Action sein. Reeps, der checkt es halt wirklich überhaupt gar nicht, Digga. Null. Aha. Tut mir leid. Aha. Gut, die Jungs wollen jetzt allererst mal Metz fahren, etc. Oh, aber ich sehe gerade, der Scraps landet in, ähm, in Retail und da ist auch der, äh, wer, der Kollege, äh, Reeps. Das könnte interessant werden. Aha. Oh, ja moin, das wollte ich nicht. Er pusht jetzt hoch. Oh, ein Kastenhit. Ja moin, der Gegner fällt runter. Aber das ist nicht Reeps, gegen den er fightet. Das ist nicht Reeps, das ist irgendein anderes Team, Digga. Die Zona Reno spielt eigentlich den Jungs da ganz gut mit. Ganz schlechte Position, wo er da ist. Oh, was ist denn da los, Digga? Oh, da hat einer einen Hit bekommen. Noch einen Hit. Reeps mischt sich da aktuell nicht ein. Oh, äh, Spitzhackenduell, Digga. Ah, das, das ist natürlich, also ich persönlich feiere den Sniper-Modus, wenn ich ihn spielen würde, nicht. Ich finde den irgendwie krampfhaft, wollen wir es mal so sagen, Digga. Aber Reeps hat sich immer noch nicht eingemischt, obwohl er, oh, Hit. Gegner ist One-Shot, ein, zwei Spitzhackenschläge, er solltetot sein. Oh, jetzt kriegt der Scraps COD selber einen Hit. Jetzt weiß er nicht mehr, was er machen soll. Ich glaube, er will mit der Spitzhacke auf die Olga raufgehen. Muss erst mal nachladen. Muss noch mal nachladen. Reeps mischt sich immer noch nicht ein. Ich schaue, oh, 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 acht Leben, Digga, muss los. Jetzt wird er gesandwiched. Schnell. Oh, hat er ihn noch geholt. Und jetzt so lang, nee, Reeps mischt sich immer noch nicht ein. Ihr seht das hier. Der ist noch fleißig am Farm. Der läuft eher von ihm weg. Draußen ist ein Gegner bei denen. Oder? Waren das Ghost-Stabs? Ich habe gerade noch was gehört, ehrlich gesagt. So, Payne hat hier gerade Action. Nico ist schon gestorben, haben wir leider verpasst. Payne hat auch nur 84 Leben. Das heißt, ja, One-Shot hat nichts zum Healen. Kein Blue-Life oder nichts. Ich bin so ein Opfer. Ja, Nico, das wissen wir alle, Digga. Aber danke, dass es nochmal hier bestätigt, das Kapper. Ups. Was macht Payne? Er kann eigentlich nicht so viel machen, Digga, weil er One-Shot ist. Da hat er nicht aus der 500. Das ist nur einer doch, glaube ich. Das ist einer, ja. Eigentlich müsste Payne jetzt riskieren. Oben war safe noch einer. Das kann nicht der gewesen sein. Wie soll denn der Hochheilform sein so schnell? Schauen, dass der das ist. Wird sich hoch gebaut. Das war der. Safe. Ja. Mal safe mit dem Auto, man kennt ihn, Digga. Mit zwei getrennten Autos waren die Schlinge. So, Payne müsste jetzt mal ein bisschen riskieren, Digga. Ja, würde ich sagen. Da versuchst du halt immer die Wand wegzuschießen und danach direkt. Ja, Payne riskiert jetzt. Vernünftig. Komm schon, Payne, mach das Ding. Hol ihn, nimm seine Ehre. Er hat kein Blue Life. Oh, jetzt hier nochmal Big Play gefühlt, weil er sich die Bounce Pads geschnappt hat. Das kann entscheidend sein jetzt. Gerade in einem Bauduell. Payne auch wieder nur mit 30 Bricks und 176 Metall. Teil, also gefühlt keine Materialien. Das ist jetzt, wer macht den ersten Fehler, so gefühlt. Das hat locker in Streams, nein, weil gar niemand wird so ewig auf den Scheiß des Kills schwitzen wie er. Das sowieso. Oh! Woo! Nice. Den hab ich letzte Runde auch schon geholt, mein ich. Da war der komischerweise auch die ganze Zeit bei mir. Ja, Payne hat hier den dicken Shot gemacht, wichtig. Braucht jetzt aber nochmal ein bisschen Mads und Blue Life. Ich glaube, Rift sind vor ihm, das heißt, er kann ganz schnell flüchten. Marcel und Camo haben ja, glaube ich, nix gerade am Stüssel. Scraps COD, der Kollege, den wir hier eben zugeschaut haben, ist auch noch. Oh, der, nee, ist sein Teamkollege. Aber ich wollte gerade sagen, jetzt macht er den dicken Hit, aber das ist ja sein Teamkollege. Beide auch in der Oldschool-Kombi. Einer schwarzer Ritter, eine rote Ritterin. Gefällt mir auf jeden Fall. So, wir schauen Reeps wieder zu, denn Reeps hat gerade ein Fight. Könnte das Payne sein? Nee, das ist nicht Payne, aber Payne ist auf jeden Fall in der Nähe. Nur nochmal bauen hinten. Payne zieht durch, okay. Und zurück, zurück Richtung Rift. Ah, guck mal, da ist noch eine Kiste, die nehmen wir mit. Nicht zu viel verschwenden, jetzt sind kostbar. Versucht es immer noch. Bin ich mal gespannt. Es leben noch 48 Leute. Okay, dann lasse ich mich kurz wieder. Es leben noch 48 Leute und es könnte interessant werden. Ich glaube, der Plan von den Jungs ist jetzt, ähm, aha. Ist der immer noch oben mit seinem Mützchen? Nee, nee, der kommt jetzt. Der Plan von den Jungs ist eigentlich, den Rift zu nehmen. Wenn beide noch da sind, du musst du einen und ich einen. Ah, von mir links im Shop ist auch noch Ginger. Pass auf. Oh, das könnte jetzt interessant werden. Der checkt gar nichts gerade. Scheiß drauf, scheiß drauf. Nicht zu lange stehen bleiben. Kein dangerous Play jetzt. Hm. Reefs will auf jeden Fall die Moneten nehmen, sich nach Hause holen. In dem Modus, soweit ich weiß. Ist hier noch, ja, hier sind zwei Rifts. Nimm du den, ich nimm den. Interessant. Wollen willst du? Interessant, ein Turnier mal zu sehen ohne mit Sniper, Liga. Warte, turtle dich ein von dem Rift. Turtle dich ein, turtle dich ein. Ah, die Jungs spielen jetzt da drauf, dass die... Ich glaube, die Jungs spielen da drauf, weil die anderen auch gleich die Rifts haben wollen. Deswegen warten sie da jetzt erstmal ab. Die Zone spielt denen in die Karten. Die anderen Gegner müssen jetzt eigentlich kommen. Zone kommt. Er ist close bei uns. Oh, wer ist das, Digga? Okay, Rift-Tusen. Okay, Rift-Tusen. Wir müssen auch den Rift, pass auf. Komm weiter nach vorne, hier in die Richtung. Hm. Oh, da geht noch mal Shots. Marcel und Clamore haben noch nichts zu tun. Ah, da sind auch Gegner. Das wäre jetzt interessant. Die Zone ist recht klein schon. Und es sind halt immer noch 46 Gegner am Leben. Das wird jetzt wirklich sehr interessant. Du streckst einmal dein Köpfchen raus und dann kriegst einen auf den Dürz bis tot. Das geht jetzt ganz schnell. Was haben wir hier noch? Marcel und Camo haben nichts. Pain mal wieder mit 43 Bricks, 263 Metall. Das ist ja dumm. Was macht er da? Äh, also, Pain. Mach nicht diesen jetzt hier. Hm, was macht Pain da jetzt? Er hat, glaube ich, auch selber gemerkt, dass es absoluter Bullshit ist. Pain braucht wieder Materialien. Hat er irgendwie ein bisschen Pech momentan mit dem Netz? Oh. Oh. Das sind zwei neue. Das sind doppelgeschlecht. Nee, das ist immer noch der gleiche. Der will unbedingt sein Mädel. Derselbe? Rechen, glaube ich. Wenn, Pain? Derselbe? Dann hat er jetzt hier den Hit. Nee. Ich glaube, jetzt hat er keinen Bock mehr. Pain läuft jetzt hinterher. Ich bin halt One-Shot die ganze Zeit. Naja, wohl, ich muss versuchen, Digga. Das stimmt. Dann könnte er jetzt nochmal eventuell aus dem Hinterhalt ein klein, äh, Shot, Trine oder er farmt. Also, Matt holt sich ein paar Mets und ich glaube, er wird sich ein paar Mets holen. Besser ist es, Digga. Ähm, Carmo und Marcel spielen hier wieder, ja, zögerlich und, ähm, warten ab, was vollkommen in Ordnung ist. Reeps ist hier gerade in einem Fight. Ja, Digga, Mets gehen auch. Hm. Digga, es ist eine verdammt kleine Zone. Oh, hier, häufig in der Nähe vom Tramp und Platte. Und es laufen eben immer noch 39 Leute, Digga. Lord. Der war Platzknapper. Nein, Digga, was machst du? Was los? Digga, Platte nicht gesetzt. Er hat einfach die Platte nicht gesetzt. Schau doch hoch. Och, Bruder, Digga, was ist das denn? Schau, wo ich meine Platte setzen wollte. Ne. Läu, Bruder, nicht so nervös, Mann. Sein Kollege ist durch Fallschaden, glaube ich, gestorben, oder? Wenn mir nicht alles täuscht. Ne, das war es ja komplett, Digga, mit den 500 Euro. Jetzt muss Reeps das Solo machen. Oh, da muss los. Ja, das ist jetzt eher nicht so schön zum Anschauen, aber mittel zum Zweck. Schauen wir nochmal der Giraffe zu. Also, wenn du gewinnen willst. Weil das ist halt wirklich das Einzige, was du machen kannst. Weil dieser Lucky Sniper hat nichts mit Skills zu tun. Du bist halt nur von rechts schon halt, wie gesagt, halbautomatisch. Und davon zirft irgendwann immer ein Schuss. Hast du ja bei mir gesehen letztens, wir antreinander. Pain hat jetzt wieder ein paar Materialien. 289 Holz, 23 Bricks, 272 Metall. Das Ding ist, 600 Metz kann ich nicht turteln, Digga. Er braucht ja nicht, ich turtel nicht immer weiter turteln. Komm mal da. Oh, was macht er jetzt? Er will jetzt so abwarten, oder was? So kann man spielen, Digga. Das ist halt so. Schauen wir mal, was er macht. Schauen wir mal, was er macht. Okay, siehst du diese zwei Metallhütchen bei 60? Da ist Pain drinne. Siehst du die? Die zwei Metallhütchen bei 60. Da ist der steinende Weg bei dir. Ich snipe das linke Metallhütchen weg und du hardscopes auf den Typen unter dem Hütchen, okay? Auf drei. Ich sehe es nicht, weil der Baum da absolut perfekt davor steht. Ich sehe das Hütchen, aber ich sehe nicht den Typen. Okay. Was für Gespräche, Bruder. Oh, kein Hit. Wir schauen noch mal aus Pain seiner Perspektive zu, weil der ist derjenige, der in den Hütchen ist. Ich schlafe da gleich bei einem, Digga. Dann schauen wir doch lieber Carmo zu. Carmo hat, und das ist auch wichtig, wie ihr seht. Bauen noch einen zu, ja. Bauen noch einen zu, ja. Über, oder knapp 2000 Mets, Digga. Das ist schon ordentlich, Digga. Das wird jetzt ganz interessant. Also sie sind perfekt in der Zone mal wieder. Carmo und Marcel sind perfekt in der Zone orino. Und ihr wisst selber, Carmo... Oh! Schöner Shot, Digga. Also ein Headshot mit der Sniper in Fortnite ist eigentlich so mit das geilste Gefühl ever, Digga. Stimmt, man stirbt ja auch instant. Man kann ja gar nicht reviven. Ja, stimmt, Digga. Ah! Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Ist in dem neuen Modus, in dem neuen Sniper-Modus ist man sofort tot. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Ich habe mich eben gewundert... Ich habe mich eben gewundert, warum sein Kollege von Reeps sofort tot war, als er runtergefallen ist. Ich bin ready, die Wand wieder zu setzen. Ist man direkt tot? Ja, warum nicht, Digga? Reeps könnte jetzt... Äh, wahrscheinlich Reeps. Nein, 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 nein. Ich liebe auf, falls jemand sich pusht und in deiner Box ist. Oh, da kam ein dicker Shot. Schauen wir nochmal, was die anderen Jungs machen. Äh, Payne... Ja, Payne macht das, was er jetzt die ganze Zeit macht. Das ist in Ordnung. Reeps ist Ehrenmann und läuft rum. Die wollen unbedingt meinen Arsch. Um jeden Preis dieser Erde wollen die meinen Arsch. Ist doch ein Kompliment, Digga. Wenn jeder deinen Arsch haben will, machst du einiges richtig, Kapper. Das sind so schlimme Abfucker, die zwei. Ich glaube, ich habe die aber durch die Zone abgehängt. Die mussten jetzt links rumlaufen. Safe. Hm. Hm, 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 hm. Oh ja. Close, auf dem Dach. Ja. Oh, das wäre der... Also, da läuft er jetzt in ein Wespen-Nest rein, der Reeps. Das lag bei mir so hart. Jetzt sind wir zu hinter dir auch noch. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Close ist ein Gegner. Oh mein Gott, Digga, was ist denn da los, Alter? In 20 ist so die Action-Jackson. Das leben noch 31 Leute. Fucking hell, Alter. Da ist so Action-Jackson. Lel. Pain hat wohl einen Krampf in der Hand, weil die ganze Zeit Controller halten bei seinen Ast-Armen ist anstrengend. Der entspannt sich erstmal und regeneriert ein bisschen seine Ast-Arme, hat die gegossen und so. Ja. Marcel und Kamo machen das taktisch sehr, sehr stark, denn sie sind direkt in die nächste Saison gelaufen und können gleich die Gegner, die kommen, abfangen. Das machen die wirklich intelligent. Hier sind welche drin, dort sind welche und dort sind welche. Close. Ich bin im maximalen Sandwich, Leute. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ist so. Maximaler Sandwich. Jeder turtelt, jeder campt. Das ist absolut schlimme Vergewaltigung gerade. Oh, close zwei Gegner bei ihm. Ganz close, Digga. Die sind aber zu doof, um das zu kapieren. Er könnte jetzt von hinten einen Shot setzen, aber es geht um 500 Euro, Digga. Da würde ich auch erstmal zögern, wahrscheinlich. Aber die Zona Reno geht los. Er kann ein bisschen riskieren. Er hat drei Medikits und noch einen Leiji, also ein Lagerfeuer. Da kann er es riskieren. Er will jetzt mit der Zone reinlaufen. Ja, genau das will er machen. Und das ist auch völlig legitim. Hinter ihm sind aber auch noch Gegner. Oh mein Gott, Digga. Was geht denn ab? Guckt euch mal die Zone an. Es leben noch 30 Leute, Digga. Was ist das denn für ein Turnier, Digga? Schauen wir mal, was die anderen Jungs machen. Marcel und Kamo chillen. Payne hat seine Oberarme doch wieder erholt. Hat jetzt hier ein Fight. Verbände, Verbände. Ich habe viele Verbände. Hat elf Energy. Bruder, Moslohos. Jawohl. Nein. Null. Haut sich jetzt hier erstmal ein paar Verbände hinter die Binsen. Da werden dicke Shots ausgeteilt. Da ist keiner gerade geschoren. Das wird interessant, Digga. Was haben wir hier? Marcel und Kamo. Wollen auch Richtung Zone direkt wieder laufen. Die machen das taktisch halt gut. Das ist halt aber auch Kamo, ne? Der spielt das ganz abgebrüht, Digga. Der spielt das wirklich ganz abgebrüht runter. Hast du, gucken wir, dass wir relativ bei Domen sind? Ein ganz abgebrühter Hund, der Kamo, Digga. Ja, wer soll ich über den Metz machen, Digga? Oh, 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 oh. Was ist da denn los, Digga? Es ist locker, es wird sie. Hey, was soll das? Falle? Digga, alle so Nasenbluten, Digga. Oh, oh, oh mein Gott. Er hat Reap seine Ehre genommen. Er hat Reap seine Ehre genommen, Digga. Nein, Digga. Jonas. Er hat Reap so seine Ehre genommen, oder? Wir müssen jetzt so ein... Bau dich ein, Bau dich ein, Jonas, Bau dich ein. Quatsch, dein Reap sein... Oh mein Gott. Hier, wir seh... Ich musste so schreien. Ist was ganz Wichtiges passiert. Er kriegt schon wieder Anstoß von seiner Freundin? Ich hab nur... Er hat nur einen Kegel geholt, ein ganz wichtiger. Öööööööö. Du bist dein Mann, Digga. Mach Ansage. Was kommst du beim Zock, in mein Zimmer, weil ich bin hier am Arbeiten? Ja, aber nur 500 Euro von Monte. Nua? Ja... Nua? Hat die gerade nur gesagt im Hintergrund die Alte? Ich kann jetzt gar nicht reden. Mein Reapolid auch noch. Digger, da, 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 da. Sagt sie nur, Digga. Das hab ich ganz genau gehört. Also sollte Payen gewinnen, der kriegt ja gar nichts, Digga. Ganz einfach. Dann spende ich seinem Zoo ein bisschen Heu, damit er seine Artgenossen ein bisschen was essen kann und gut isst. Jawohl. Oh. Digga, es leben halt immer noch elf Leute in der Zone, ne? Elf Leute noch. Ich komm nicht klar. Digga, was ist da los? Wir schauen mal, was machen Marcel und Carmo. Na, die haben High Position. Das wird echt interessant. Es leben immer noch sieben Leute und in zehn Sekunden move die Zone schon wieder. Oh mein Gott, Digga, was machen die? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, was macht Payen denn da, Digga? Was war das denn, Payen? Keine Mets, Digga. Das war's komplett, Digga. Ein Hit. Payen ist tot. Digga. Geil, Digga. Richtig geil, Alter. Nein. Das war's komplett. So, und Carmo, guckt euch das an. Carmo und Marcel. Ich denke, ich schwirr, Digga. Was? Was hat mich ges... Willst, Digga, wo war er? LOL. Hat er uns tot? Wie wurde Carmo denn mit schön gesnipet? Marcel ist auch tot. Ja, Moin. Das war's komplett, Digga. Getötet, Getötet, Getötet hat. Ich hatte keine Mets, Digga. Dann Lucky ist es gescheitert. Hä? Hat er einen Gegner High Ground über ihm, oder was? Ich hatte halt keine Mets mehr. Wir hatten kein Metall, das war's Problem. Hey, warum ist der Controller aus? Hey, Profi, hier, was ist da los? Ah, ja. Kleinste Zone, Digga. Kleinste Zone. Sechs Kills hat der Kollege. Er ist tot, ja. Er ist tot. Und, ja, Don't Be Furious hat das Game gewonnen mit seinem Teamkamerad. Twitch, die Tricks, glaube ich, zusammen, wenn ihr nicht alles täuscht, ja. GG, 500 Euro haben die gewonnen. Hui!